Wir sind ein zuverlässiger Partner für grosse, auch für mittlere Bauherrschaften. Unsere Belegschaft kommt nicht nur aus der Schweiz. Das ist etwas sehr Schönes. Wir sind insgesamt 17 Nationen. Dass wir alle mit der gleiche Sprache reden, sonst verstehen wir uns nicht. Der IFC ist genau eine Datei, die alle Fachplaner bei sich hineinlesen können. Alplan kann auch ein IFC unterschreiben, aber Alplan hat die Möglichkeit noch mehr darzustellen. Es gibt so viele Möglichkeiten zum Modellieren. Du hast die ganze Information da. Wenn jemand dich fragt, musst du einfach nur sagen, schau in das Modell. Das Modell hat diese Information. Also BIM führt hier eine ganz andere Sprache. Das führt die Leute natürlich auf einer ganz visuellen Basis zusammen. Diese Information sichtbar zu machen ist sehr, sehr wichtig. Und dass jeder weiss, was sie machen und was die anderen machen. Wir können frühzeitig räumliche Probleme erkennen. Ich glaube, es ist eine fliessende Kommunikation. BIM bedeutet für mich Effizienz. Wieso wenden wir die BIM-Methode an? Weil wir davon überzeugt sind. Weil sie Transparenz und Qualität in den ganzen Planungsprozess bringt. BIM hilft uns sehr. Architekt ist nicht nur ein Kreativ, sondern es ist auch ein Koordinator. Es ist ein neues Instrument, das uns Ordnung bringt im Projekt. BIM macht Informationen sichtbar.